Nein, weil ich nicht auf Tod aus bin. Auf jeden Fall baue ich mir jetzt definitiv die für unsere Weine. Die sollen nicht mal weg von unserem Gebiet hier gehen. Weißt du, die haben nichts zu tun, ey. Ernsthaft. Doch, die haben was zu tun. Andere Leute ärgern. Ja. Na, siehst du. Und wie sage ich so gern, jeder hat andere Hobbys. Nervt einfach nur, weißt du, wir wollen einfach nur hier unseren Shit hier machen und dann kommen die dauernd her und nerven. Ich werde wahrscheinlich meine Frontwand, die ich in der Burg hatte, einfach austauschen müssen. Oder zur Zeit einfach mal ein Loch. Einfach mal so lassen, wie sie jetzt ist, weil das ist zur Zeit einfach nur ein Loch. Da kann ich nichts verändern, das ist das Problem. Ich muss grad vor Spinnen wegrennen, ich hab kein Essen mehr. Wegrennen ist weglaufen. Wo bist denn du gerade? Immer noch in meiner Burg am Bauen. Okay, hast du gerade irgendwas Bettmäßiges am Start? Denn ich verreck gerade das. Nein. Leider nein. Nur, ich werde es wahrscheinlich gleich wieder geslayed wetten. Weil, ich bin ja mein Zeug wieder am fixen. Ich brauche Essen. Ähm, zapp, 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 zapp. Nein, das ist dann zu viel. Ich weiß, ich bin gleich so voll mit Bedacht dabei, dass ich die nicht anhau. Weil, ah ja, und die haben seine Freundin dabei. Ja, das weiß ich schon. Ich brauche Steine, um Blöcke, um mich nach oben zu bauen. Oder kannst du hochgehen und Wasser runterlassen? Weil ich kann nicht... Ähm, Moment. Ich bin nicht oben gespawnt. So, mit den Innereien bin ich jetzt wieder fast fertig. Ähm, was kann ich machen, wenn ich nicht oben bin? Äh, ja. Und es wurde wieder irgendwo gesprengt. Oh, das war ein Creeper. Kann auch ein Creeper gewesen sein. Wenn die was gesprengt haben, sind sie offiziell tot. Offiziell dreifach tot, weil Tiberius jetzt mittlerweile wirklich sogar gegen die Leute vorgeht, die was sprengen. Ja? Ne, achso, wir wissen das halt. Ja, aber das macht jetzt nichts mehr. Also, wenn du was sprengst, dann macht es nichts. Was? Dann respawnt es einfach. Ah, gut. Nur auch, wenn was verbrennt. Ah, dann hat endlich mal jemand sein Gehirn angeschaltet. Ähm. Wie kommst du nach oben? Äh, schwimmen. Seines Wassers weg. Ed ist weg. Schön, schön. Schön, schön. Griefing ist was Tolles. Sandstein. Oh, die rote Wolle ist auch weg. Gut, dann kann ich die ja auch austauschen. Oh, wir haben noch Stuff, den wir hochbringen können. Federn, Knochen, Weizen. Alter, Lapislazuli hast du hier noch gehabt, ne? Äh, dann bringe ich gleich mal Sand mit, okay? Ich dachte, ich wollte ihn einfach nicht nerven. Ähm, ja, wir lassen uns davon nicht stören. Wir spielen hier und... Alter, ich hab kein Leben mehr. ...wissen unser Leben. Genau. Wenn wir entschuldigen, die mir eigentlich noch so arschfielen. Ich könnte ja nicht so hardcore... Ey, wer hat das hier real life? Die hätten so ne Sachklage am Hals schon längst. Minecraft, das realistische Spiel der Welt. Jetzt mittlerweile mit Sachklagen. Ah ja, und was ich auch schon erwähnt hab, während du essen warst. Ja? Ähm, du könntest genau dann eben, wenn du weg bist, einfach meins die ganze Zeit hinschneiden. Ja, klar, kann ich auch machen. Wegen einfach Screenwechsel oder so. Also, Kalle, ähm, Ding? Ich. Äh, nee, äh, Alex. Ja, das meinte ich ja, ich. So. Oh, steht wieder alles, nur vorne halt nicht. Ach, warte mal, das bringt ja nichts, wenn ich... Da wird es provisorisch mit Stein einfach einen Weg gebaut. Wortwörtlich ist es sogar, Griefmärme, wenn man mich tötet. Weil du bist ja ne Wand. Weil du hast ja Lauf gegen die Wand, ne? Ach, ich hab eh noch Quarz im Moment, das ist gut. Dann kann ich nicht hier... So, dann hol ich mir jetzt noch Dreck aus der Kiste. Ich hab echt nichts zu tun, weil es ist einfach nur hier dumm rumstehen und mich nerven. Ja, das können sie eben. Sie sind wie ein Kollege von mir. Sie können nur dumm rumstehen, aber das eben verdammt gut. Ich muss wissen, mein Kumpel ist ungefähr so einer. Der kann nur rennen, aber das eben verdammt gut. Der ist der, der am Sporthinricht immer ein laufender Eins bekommt, weil er... rennt. So, jetzt zeige ich wenigstens schon mal die Frontwand. Und das wird die Frontwand einfach nur noch... Genau, die Löcher werden jetzt einfach so von außen her... ...mit Dreck abgedeckt. Da, wo sozusagen... ...Netherrack innen hinkommt, wird einfach Dreck vorgesetzt. Ja, weißt du, immer sind es wir, die alles haben, obwohl wir es haben. Aber einfach so direkt sind es wir. Die haben doch eine Enderkiste bei sich, oder? Soll ich schnell zu denen gehen und das schnell wegräumen? Boah. Hast du das auch schon vom neuen Update gehört? Dass jetzt Creeper vor Creepern wegläufen. Das was? Dass Creeper jetzt vor Creeper weglaufen, wenn die explodieren zu drohen... ...zu explodieren drohen. Ne, weiß ich nicht. Es kommt jetzt neu hinzu. Heißt, du kannst nicht fünf Creeper auf eine Stelle locken und einfach einen das alles sprengen lassen. Fertig. Nerven einfach, ich will hier einfach bauen. Au. Ich muss mich jetzt ernsthaft... Habe ich zufällig Pfeile? Nein, habe ich nicht. Oh, natürlich kommt jetzt ein Baby-Zombie. Ich muss mich jetzt hochbauen, Wasser runterlassen und die ganze Scheiße wieder runter machen. Boah, ich will hier nur fucking farmen gehen. Aber ich finde es schön, dass Kubi nichts macht. Der Erste konsequent, der macht mit seiner Freundin Spaß. Alter, lass runterlaufen. Ne, warte mal, du bist nicht oben. Ich farme gerade ein bisschen Sand und werde von Monstern angegriffen. Ich werde mir wahrscheinlich gleich einfach irgendwo einen Berg rein... Boah, ne, ernsthaft? Weißt du, ich baue mich hier hoch und dann bauen die es unten ab. Das heißt? Das ist mega... Boah, jetzt hör auf damit. Und man sollte Kisten endlich für sich selbst, äh, machen. Also sozusagen Personal Chests. Boah, Alter, das ist so mega kotze. Scheiße, nervig von denen. Wie viel habe ich schon? Äh, ich mache, dass ich zwei Stacks Sand habe, ne? Ihr seid vier fucking Sel... Ach, ich gehe zu denen in den Traum ein, Alter. Das nervt einfach. Okay. Mann! Lass uns gelett... Alter, ich schrei die gleich an, hey. Au. Too much skeletons. Niko goes Rage. Niko goes Rage. Niko goes Rage. Verdammt noch mal nach oben. Ähm... Naja, ich habe jetzt insgesamt zwei Stacks und sechs Sand. Okay. Mit denen könnten wir uns leicht nach oben bauen, aber dann würden die es wahrscheinlich wieder unten abbauen, ne? Ja, weißt du, kommt Gian einfach zu mir und haut mich hier so, ne? Ich bin schon halbtot, aber schon okay. Naja, ich laufe fröhlich jetzt mit einem Mohn in der Hand rum, als Flower Power Mensch. Denn ich bin ja sowieso zur Zeit Vegetarier, also darf ich das. Flower Power! Boah, nee, Alter, ich, ich, ich sage, ich, ich mache gleich ein Disco hier. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße, wenn die da unten nerven. Oh, Mann. Das ist einfach, weißt du, ich kann, ich meine, kommt nichts zustande. Wir wollen die ganze Zeit irgendwas machen und dann kommen die die ganze Zeit. Och, Zombie. Leckt. Das ist immer wieder lustig, wenn Zombies einfach lecken. Ähm, meine Fresse, hey. Ähm. Ja, genau, das geht bei mir auch gerade im Kopf vor. Vor allem, weil, ja. Ja, weil du nichts gemacht hast. Ja, der hat die Betten abgebaut auch noch. Oben die Betten? Ja. Weil sonst würde ich jetzt oben spawnen. Ich habe mir nicht, wenn du weg warst, nicht einmal ins Bett gelegt, also. Nö. Ähm. Das ist so mega asozial. Ähm. Mach mir Plan D. Ich bin mal ganz kurz weg. Äh, was machst du? Ich gehe mal kurz in Aufnahme 3 rein. Zu Lasern Tiberius. Ja. Sagt Tiberius A, er soll die 3, 4, die 4 weg teleportieren, wieder zu der Insel. Und B, wenn das Wasser nicht an ist, wodurch wir hochschwimmen können. Wasser ist an. Boah, das nervt so mega mich. Weißt du, die nerven einfach nur, hey. Ja, komm doch hoch. Meine Fresse. Ja, wett, wenn ich oben bin, dann sind alle drei anderen oben und ich werde irgendwie runtergehauen oder sowas. So, gleich sehe ich. Gleich wird's Wasser weggenommen. Habe ich ne Ding da? Ne. Ah, mein Gott. Ich hab jetzt auch keine Spitzhacke dabei. User joined your channel. Was sagt er? Äh, pff. Naja. Blacky ist so der typische eben. Blacky eben wie immer, ja, versuch mal deinen Ton zu regulieren. Und so weiter. Also, Blacky wie immer eben, total, pff. Ja. Scheißegal. Ist ob nix los, wer kommt. Sollen die doch zu ihm gehen, ernsthaft. Ja. Weißt du, baut sich hier irgendwo, irgendwo irgendwas und, äh, ähm. Ja, das ist so, naja, kann Blacky schon verstehen irgendwie. Aber irgendwie auch nicht. Also, ich find's toll, mir fehlt genau ein, ein ganzer Stack. Dann jetzt plötzlich und die halbe Rüstung, die ich hatte, schon nice. Ah, aber wenigstens ist meine Wand sicher. So. Moment. Was soll ich denn ausschmeißen?